Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir unter anderem über die aktuellen Warnungen der WHO über das Affenpocken-Virus. Gleich zwei Mitarbeiter warnen, dass die Verbreitung des eigentlich seltenen Affenpocken-Virus doch schlimmer werden könnte als von vielen Experten prognostiziert. In diesem Zusammenhang wird auch wieder vermehrt über das Thema Impfen debattiert. Passend dazu schauen wir uns an, was Bill Gates schon im Jahr 2010 gesagt hat, denn laut dem Microsoft-Gründer müsse man das Jahrzehnt zu einem Jahrzehnt der Impfstoffe machen, und genau das sehen wir aktuell. Wenn ihr also erfahren wollt, was Bill Gates damals schon sagte, und was mit den Affenpocken noch auf uns zukommen könnte, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Nach den vergangenen zwei Jahren betrachten viele die Meldungen über die Verbreitung der Affenpocken als kritisch. Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen und immer wieder sich ändernde Meinungen der Politiker, sowie Panikmache in den Medien, die sich im Nachhinein häufig als falsch erwies, sorgten dafür, dass das Vertrauen in die Politik in den letzten zwei Jahren ziemlich gelitten hat. Auch über die Affenpocken werden nun verschiedene Meinungen verbreitet, während einige der Meinung sind, dass sich mit den Affenpocken das Szenario der vergangenen Jahre auf keinen Fall wiederholt, gibt es wieder andere, die verstärkt warnen. So auch die WHO. Denn der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, hat nun gewarnt, dass sich die Fälle des eigentlich seltenen Affenpocken-Virus in nächster Zeit beschleunigen könnten, da sich das Virus in ganz Europa ausbreitet. Vor allem durch Veranstaltungen, Festivals und Partys, die natürlich im Sommer vermehrt stattfinden, mache sich kluge Sorgen um eine Verbreitung. So standen zum Beispiel drei bestätigte Fälle von Affenpocken in Belgien im Zusammenhang mit einem großen Festival in der Hafenstadt Antwerpen. In diesem Zusammenhang stellen sich natürlich viele die Frage, ob es also bald schon wieder zu erneuten Einschränkungen kommt. Laut den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sollen sich Menschen mit Affenpocken in die Isolation begeben und sollen diese auch erst beenden, wenn die Symptome ausgeheilt sind. Auch für Kontaktpersonen von Infizierten gelte die dringende Empfehlung, sich für 21 Tage zu isolieren. Krankheitssymptome sind Fieber, Muskelschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost, Erschöpfung und ein windpockenartiger Ausschlag an Händen und Gesicht. Für Menschen mit gesundem Immunsystem sei der Verlauf im Vergleich zu den echten Pocken milder. Bisher schätzt das RKI die Gesundheitsgefährdung für die breite Bevölkerung als gering ein, da es nur in sehr seltenen Fällen zu schweren Verläufen komme. Verbreitet werden kann das Virus unter anderem durch Kontakt mit Hautläsionen und Tröpfchen einer erkrankten Person, sowie durch gemeinsam genutzte Gegenstände wie beispielsweise Bettwäsche oder Handtücher. Laut Hans Kluge von der WHO sei die Verbreitung aktuell atypisch. Denn in den letzten Wochen wurde sowohl in Europa, wie zum Beispiel in Portugal, Schweden oder Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien die Krankheit nachgewiesen. Der Gesundheitsbeamte warnte nun davor, dass die Übertragung vermehrt stattfindet, weil die Dunkelziffer der Erkrankten viel höher ist und eine große Anzahl der Infizierten die Symptome nicht erkennen. Auch die Direktorin der Abteilung für Pandemien und epidemische Krankheiten bei der Weltgesundheitsorganisation, Sylvie Bryant, warnte davor, dass die Verbreitung der Affenpocken gerade erst begonnen habe. Focus Online berichtete dazu folgendes. Zitat. Bryant äußerte aber die Hoffnung, dass die Verbreitung bald gestoppt werden könnte. Die derzeitige Ausbreitung des Affenpockenvirus seien ungewöhnlich, sagte Bryant. Seit Großbritannien am 7. Mai die erste Affenpockenansteckung meldete, wurden der WHO 200 Fälle aus Ländern gemeldet, in denen sich das Virus üblicherweise nicht verbreitet. Die Verbreitung sei immer noch ganz am Anfang. Wir wissen, dass es in den kommenden Tagen weitere Fälle geben wird, sagte sie weiter, ergänzte aber, es gebe keinen Grund zur Panik. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich allerdings sofort dafür ausgesprochen hart gegen die Verbreitung vorzugehen, indem Kontakte zurückverfolgt und Quarantänemaßnahmen eingehalten werden. Zudem wurden bereits Maßnahmen zur Beschaffung von Impfstoffen getroffen. Eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung sei nicht im Gespräch, nur bei gefährdeten Personen solle über eine Impfempfehlung nachgedacht werden. Auch die WHO gab bisher an, dass Massenimpfungen gegen die Affenpocken derzeit unnötig seien, empfiehlt jedoch auf Hygienemaßnahmen zu achten. Die leitende medizinische Beraterin der UK Health Security Agency, Susan Hopkins, sagte sie erwarte, dass der aktuelle Anstieg in den kommenden Tagen anhält und weitere Fälle in der breiteren Gemeinschaft identifiziert werden. Der britische Gesundheitsminister Sorge Javid versuchte die Öffentlichkeit in einem Twitter-Beitrag zu besänftigen. Im Detail schrieb er folgendes. Zitat Die meisten Fälle verlaufen mild, und ich kann bestätigen, dass wir weitere Dosen von Impfstoffen beschafft haben, die gegen Affenpocken wirksam sind. Zitat Ende. Auch Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, geht ebenfalls nicht davon aus, dass sich die Affenpocken unkontrolliert ausbreiten werden. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Montgomery, es handele sich um eine im Kern seit Jahren bekannte Erkrankung, die Ansteckungsgefahr sei viel geringer als bei Corona. Mit Isolation, Quarantäne und Impfung der Gefährdeten könne man das Virus schnell eindämmen, und somit werde das Thema Affenpocken bald erledigt sein. Der Bayerische Rundfunk schrieb hierzu folgendes. Zitat Die Affenpocken seien gleichwohl eine Warnung, dass mit der Zunahme der Weltbevölkerung sowie der zunehmenden Mobilität und der Kontakte zwischen Menschen und Tieren, die Zahl der Zoonosen und der daraus abgeleiteten Viruserkrankungen immer weiter steigen wird, sagte Montgomery. Die Abstände zwischen den Infektionen würden immer kleiner. Um dem zu begegnen, müssten die Warnmechanismen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der EU geschärft werden, forderte Montgomery. Zudem müsse die Bevölkerung schneller über Risiken informiert werden. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Ob wir wie von einigen Virologen erwähnt weit von einer Pandemie entfernt sind, wird sich zeigen. Auch wird mit den sich mehrenden Affenpockenfällen wieder erneut über das Thema Impfen debattiert. Virologe Schmidtschaner sieht, gab zumindest an, dass alle Möglichkeiten vorhanden seien, den Ausbruch mit Isolierung und Quarantäne einzudämmen, sowie durch Impfungen mit den zugelassenen und verfügbaren Impfstoffen für Infizierte und Kontaktpersonen, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Das Thema Impfungen und Impfstoffe wird uns also weiter begleiten. Bill Gates sagte das schon im Jahr 2010, und das Presseportal schrieb dazu folgendes. Zitat. Wie das Ehepaar Gates erklärte, könnte eine verstärkte Investition in Impfstoffe durch öffentliche Hand- und Privatwirtschaft innerhalb des kommenden Jahrzehnts zu einer drastischen Senkung der Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern beitragen. Zugleich riefen die beiden Stiftungsgründer Regierungen und Privatpersonen dazu auf, kritische Finanzierungslücken zu schließen, sowohl im Bereich der Forschungsmittel als auch auf dem Gebiet der Immunisierungsprogramme für Kinder. Wir müssen dieses Jahrzehnt zu einem Jahrzehnt der Impfstoffe machen, so Bill Gates. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Werden uns die Affenpocken neue Einschränkungen bringen, oder wird das Thema schnell wieder vom Tisch sein? Schreibt uns dazu eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience